Je größer dein Unternehmen wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass du dich irgendwann mit einem Kunden streiten wirst. Der Beef mit Klienten ist irgendwann vorprogrammiert. Und was du tun kannst, wie du dich schützen kannst, ohne dein Unternehmen zu gefährden, das zeige ich dir jetzt hier in diesem Video. Es ist quasi ein Gesetz im Unternehmertum, dass du irgendwann im Laufe der Zeit mit deinem Business einen Kunden haben wirst, der mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist, der mit der Abwicklung nicht zufrieden ist oder irgendwelche Punkte zu bemängeln hat. Wenn du Glück hast, geht das Ganze relativ glimpflich aus, du einigst dich im Nachgang, du kriegst vielleicht nur eine schlechte Bewertung oder ähnliches und du hast keine bleibenden Schäden. Es kann aber auch vorkommen, dass wenn die Auseinandersetzung heftiger ist, dass es gegeneinander geht und ihr euch dann vor Gericht wieder trefft oder eure Anwälte miteinander kommunizieren. Und für alle Fälle, in denen ein Klient mit deiner Arbeit unzufrieden ist, kann man sich schützen. Nicht nur, dass du dich davor schützen kannst, dass beispielsweise die Kosten für eine ungerechtfertigte oder vielleicht auch gerechtfertigte, je nachdem, in welcher Seite man steht, negative Bewertungen, diese möchtest du ja gelöscht haben. Es hat ein schlechtes Bild auf dein Unternehmen, du möchtest nicht, dass du so dargestellt wirst und dahingehend möchtest du auch unter Umständen nicht für die Kosten aufkommen müssen, einen Anwalt zu beschäftigen, der dafür sorgt, dass diese negative Bewertung gelöscht wird. Wenn du also in dieser Situation bist oder noch am besten bevor du in dieser Situation bist, ist es relevant, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, die dir an dieser Stelle einfach enorm viel Geld einsparen kann und das ist der Baustein gewerblicher Rechtsschutz, speziell die Firmenvertragsrechtsschutz. Wenn du einen Firmenvertragsrechtsschutz implementierst innerhalb deines Businesses, kannst du verschiedene Teilbereiche auswählen, die dazu führen, dass solche Geschehnisse mit deinen Klienten finanziell keine bleibenden Schäden innerhalb deines Business Cases laufen. Denn ein Firmenvertragsrechtsschutz ist genau dafür da, dass, wenn Streitigkeiten mit Klienten, Streitigkeiten mit teilweise auch Auftragnehmern, das heißt, wenn du irgendwo Kunde geworden bist, negative Bewertungen und ähnliches, all diese Gegebenheiten können über einen solchen Vertrag von deinem Business abgewertet werden. Und jeder, der schon mal in dem Kontakt war mit einem Anwalt oder vielleicht auch einen Freundinnenunternehmer mal gefragt hat, was denn eine solche Geschichte kosten kann, der weiß, dass dieser Kostenblock von einer Stunde, wo die teilweise 300-400 Euro kostet beim Anwalt, wenn das sich etwas hinzieht, sehr, sehr immens sein kann und unter Umständen dein Business finanziell an die Wand stellt oder auf jeden Fall schlechter stellt, als es müsste. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man eine Firmenvertragsrechtsschutz schon für ca. 200-400 Euro monatlich bekommt, um sich vor allen Gegebenheiten und Streitigkeiten mit Klienten, die wie gesagt vorprogrammiert sind, es wird passieren im Laufe deines Weges, irgendwann aufkommen zu schützen, ist das ein No-Brain. Denn du kannst die Kostenbelastung, die du tatsächlich hast am Ende, über eine gewisse Laufzeit strecken, du kannst eine kalkulierbare Ausgabe daraus machen und das ist etwas, das dich als Unternehmer einfach deutlich besser stellt, weil du kalkulierbare Risiken in deinem Business nehmen kannst und somit sagen kannst, okay, diese Ausgabe tätige ich, um später einfach keine Kopfschmerzen zu haben, sollte mal eine solche Streiterei mit dem Kunden aufkommen. Ich möchte euch ganz kurz hier noch eine Kundengeschichte erzählen und zwar ein Klient von uns hat mit seinem Coaching-Business eine größere Gruppe gehabt. Die Gruppe hat eine Eigendynamik entwickelt und sich angefangen, in anderen Facebook- und WhatsApp-Gruppen negativ über unseren Klienten auszutauschen. Im Zuge dessen sind natürlich dann auch die ein oder andere negative Bewertung reingekommen und es gab so einen kleinen Putsch innerhalb dieses Coaching-Programms, was natürlich ein Riesenthema sein kann. Denn Kommunikationsstränge untereinander sind natürlich potenziert, wenn dort einer dabei sitzt, der einfach schlechte Stimmung machen möchte. Und in diesem Fall ist es so, dass ein Firmenvertragsrechtsschutz den Klienten vor diesen Streitigkeiten mit Kunden schützt. Und das ist für dich in deinem Business Case einfach essentiell. Wenn du selber im Coaching bist, wenn du selber in der Beratung bist, wenn du eine Agenturdienstleistung anbietest, dann muss dir klar sein, dass du einen solchen Versicherungsschutz tatsächlich als essentiellen Baustein in deinem Business betrachten kannst. Wenn du jetzt wissen willst, wie sowas explizit für dich aussieht, was das Ganze kostet, dann ist es an der Zeit, dass du dich einträgst bei uns auf der Webseite unter www.fetter-consulting.de. Wir helfen Coaches, Trainer und Dienstleistern dabei, sich selbst in ihr Business perfekt zu versichern, damit keine finanziellen Schäden entstehen, man endlich keine Kopfschmerzen hat und alles einfach besser ist. In diesem Sinne sehen wir deine Eintragung auf unserer Webseite, quatschen dann 15 Minuten mit dir, schauen uns an, wo du stehst, was relevant für dich ist, gucken schon, dass wir erste Angebote bekommen und helfen dir dabei, den perfekten Schutz bei dir im Business Case zu implementieren. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, nice Umsätze, viel Spaß und sehen uns im nächsten Video. Dein Tobias. 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 Dein Tobias.